Liebe Athleten, liebe Familienmitglieder der Special Olympics, geschätzte Special Olympics Familie. Ich freue mich als Präsident von Special Olympics Österreich, das Gott zu sagen, hier im Opernhaus von Graz. Ich meine, es war ein spektakulärer Show, so viele verschiedene Musiker, so viele Stücker der Musik zusammenarbeitet, all die Instruments, aber dann verschiedene Vocal-Gruppen, verschiedene Age-Gruppen, verschiedene Kulturen und Länder. Es war wirklich eine wunderbare Celebration der Spirit der Special Olympics. Ich denke, was Musik macht, ist das gleiche, was Sport macht, die Leute, die andere Dinge machen, arbeiten zusammen als ein Team. Musik Musik So I think tonight was all about, as the announcer said, it's about what happens when people are together. Even if the gifts are different, the harmony is what makes the difference. Musik 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 Z enfants